Herzlich Willkommen, mein Name ist Marco Zinn. Ich bin bei der SOW EuroDrive in Bruchsal angestellt seit 14 Jahren und im Moment in der Funktion des Product Owners Variantenmanagement. Ich begrüße Sie zum Vortrag Variantenmanagement zwischen Hersteller, OEM und Anlagenbetreiber. Vielleicht zunächst zum Begriff, was meine ich mit dem Thema Variante? Sie sehen rechts und auf dem Bildschirm einige SOW Produkte. Die Getriebemotoren oben rechts kennt sicherlich jeder und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie natürlich diese Antriebe in verschiedenen Bauformen, Größen, Farben mit verschiedenen Klemmenkasten, Kabeleinführung, Wellen und ähnlichem bei einer SOW bestellen können, dann sehen Sie allein welche Varianz und welche Vielfalt wir allein bei Getriebenmotoren anbieten. Das ist auch der Grund, warum es von der SOW keine Artikelnummer für Getriebemotoren gibt. Die Zahl wäre einfach viel zu groß. Sie sehen links oben die Zahl 10 hoch 28. Das ist unser komplettes Spektrum, unsere komplette Varianz über alle Produktgruppen hinweg. Also neben den Getriebenmotoren natürlich auch noch Servoantriebe, Industriegetriebe, dezentrale Technik bis hin zu Software. Diese hohe Varianz bietet uns die Möglichkeit, Ihnen für jeden Anwendungszweck die perfekte Lösung zu bieten und zu konstruieren, führt aber in gewissen Situationen natürlich zu einigen Problemen. Wenn wir auf dieser Folie einmal das Zusammenspiel betrachten, wie es im Normalfall passiert zwischen Anlagenbetreibern, dem Maschinenbauer, den OEMs, die wir hier sehen, und dem Hersteller, der SOW, dann ist es ja so, dass ein Anlagenbetreiber eine Lackieranlage normalerweise nicht in Gänze bei SOW bestellt, sondern beim entsprechenden Maschinenbauer in Auftrag gibt und sich von ihm liefern lässt. Der Maschinenbauer wiederum bestellt alle notwendigen Komponenten bei den entsprechenden Herstellern, beispielsweise bei der SOW, erstellt daraus eine komplette Anlage und liefert die zum Anlagenbetreiber. Das heißt, im Normalfall bei solchen Anlagen haben wir ein indirektes Geschäftsverhältnis zwischen dem Anlagenbetreiber und der SOW, weil wir immer die Maschinenbauer in der Mitte dort noch sehen. Das heißt, der Anlagenbetreiber kauft die Getriebemotoren nicht direkt bei der SOW. Eine Ausnahme ist das Ersatzteillager, das Ersatzantriebslager, was Sie oben rechts mal symbolisch dargestellt sehen. Die Anlagen, die bei Ihnen im Werk verbaut sind, die kritisch für den Prozess sind, dürfen natürlich nicht allzu lange ausfallen, weil jeder Ausfall jede Minute gleich sehr stark ins Geld geht. Das ist der Grund, warum bei hochautomatisierten Anlagen üblicherweise jeder Antrieb, der in einer Anlage verbaut ist, auch nochmal auf das Ersatzteillager gelegt wird. Das heißt, da gibt es eine Kopie. Dieser Ersatzantrieb wird üblicherweise direkt vom Anlagenbetreiber bei der SOW bestellt. Das sehen wir auf der rechten Seite. In dem gesamten Prozess, den wir hier und in der Konstellation, die wir hier sehen, gibt es einige Problemfelder, die wir im Laufe der Zeit mit unseren Kunden identifiziert haben. Beispielsweise haben wir sowohl die Maschinenbauer als auch die Anlagenbetreiber die verschiedenen Komponenten bei sich im Materialstamm abgebildet, um damit umgehen zu können. Die Anlage von jeglichen Artikeln im Materialstamm kostet natürlich Zeit und dementsprechend Geld. Das heißt, grundsätzlich sind alle daran interessiert, möglichst wenige verschiedene Varianten und möglichst wenig verschiedene Datensätze im Materialstamm anzulegen und zu pflegen. Die Idee ist eigentlich, möglichst viel wiederzuverwenden, was sich aber natürlich bei einem hochkomplexen und hochkonfigurierten Produkt wie einem Getriebenmotor etwas schwierig gestaltet. Sie sehen das als links erster Punkt. Sie haben kaum Möglichkeiten, strukturiert nach einem entsprechenden Antrieb zu suchen. Sie wissen, die Typenbezeichnung eines Antriebs sagt schon einiges über den Antrieb aus, aber weiß Gott noch nicht, alle technischen Details können Sie dort herauslesen. Wenn Sie es geschafft haben, in dem Materialstammsystem ein oder mehrere Antriebe zu finden, beispielsweise über eine Typenbezeichnung, haben Sie üblicherweise das Problem, dass Sie diese nicht strukturiert gegeneinander gegenüberstellen können und miteinander vergleichen können. Das liegt einfach daran, dass die entsprechenden Systeme auf diesen Detailgrad und diese Menge an technischen Details überhaupt nicht vorbereitet sind und ausgelegt sind. Sie haben die technischen Daten dann in einem Freitextfeld, die können Sie natürlich ausdrucken und nebeneinander legen, aber strukturiert damit arbeiten können Sie üblicherweise nicht. In Summe sorgt das dafür, dass es eine relativ geringe Wiederverwendbarkeit gibt, weil wenn Sie nicht wissen, was im Materialstamm drin ist und Sie mit dem Materialstammsystem schlecht arbeiten können, sorgt es im Resultat üblicherweise dafür, dass im Zweifelsfall ein neues Material angelegt wird für einen Antrieb, den Sie gerade brauchen. Das heißt, es wird eine neue Artikelnummer angelegt, es wird ein neuer Materialstamm angelegt. Egal, ob es jetzt eine Dublette ist oder ob Sie etwas wiederverwenden könnten. Da fehlt einfach die Transparenz auf das, was Sie dort schon bisher im Einsatz haben. In Summe ist es natürlich so, dass jede Anlage eines Materialstammsatzes nicht nur in einem System passiert, sondern in mehreren, vielleicht auch bei verschiedenen Unternehmen im Laufe der Zeit. Und das wird ja nicht nur einmal angelegt, sondern da kommt noch Dokumentation dazu, CAD-Daten dazu, Preise dazu. Die Daten werden entsprechend fortgeschrieben und aktualisiert. Heißt in Summe, je mehr Materialstammsätze Sie haben, anlegen und verwalten müssen, desto höhere Prozesskosten fallen natürlich an. Während die Punkte, die ich eben genannt habe, sowohl den Anlagenbetreiber als auch den Maschinenbauer betreffen, hier nochmal zwei Punkte, die spezifisch für Anlagenbetreiber relevant sind. Zum einen besteht dort ja, das haben wir eben angangs schon mal gesehen, das Risiko, dass ein Antrieb mal ausfällt. Dort geht es natürlich darum, schnell einen Ersatzantrieb zu holen und zu installieren. Das heißt, üblicherweise wird vom ausgefallenen Antrieb die Materialnummer abgelesen, die Sie hoffentlich auf dem Typenschild irgendwo notiert haben und ablesen können und im Ersatzteillager danach geschaut. Wenn dort der entsprechende Antrieb genau mit so einer Materialnummer nochmal liegt, also der genau passende Ersatzantrieb vorrätig ist, können Sie den nehmen, alles ist gut. Wenn der allerdings nicht mit dieser Materialnummer vorliegt, wird es schwierig, weil Sie dann anfangen müssen, ähnliche Produkte zu suchen, um einen passenden Ersatzantrieb für den Moment dort zu identifizieren. In Summe sorgt die ganze Konstellation dafür, dass Maschinenbauer eigentlich üblicherweise einmal zu häufig, eher zu häufig neue Materialnummern anlegen, die natürlich dann auch in den Maschinen zum Einsatz kommen und zum Anlagenbetreiber geliefert werden, so dass der Anlagenbetreiber im Laufe der Zeit immer mehr verschiedene Antriebsvarianten bei sich im Werk vorfindet. Heißt natürlich auch, er muss entsprechende Ersatzantriebe sich aufs Lager legen, was natürlich neben den Handlingkosten auch Materialkosten bedeutet. In Summe fehlt hier so ein bisschen ein Ansatz für eine langfristige Standardisierung, die immer dafür sorgt, dass mehr und mehr Artikelnummern zum Einsatz kommen. Zu den Problemfällen, die ich eben gerade adressiert habe, möchte ich Ihnen ein paar Lösungsvorschläge darstellen. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot aus der Lösung Variantenmanagement, die die SEW anbietet. Das Variantenmanagement ist eine Online-Anwendung im Online-Support, das heißt im Kundenportal der SEW, was unter anderem bedeutet, dass Sie keine spezielle Software installieren müssen. Sie können von jedem Endgerät, von jedem Platz der Erde, sobald Sie einen Browser haben, auf die entsprechenden Anwendungen zugreifen und die Daten, die Sie hier gleich sehen, verwenden. Was wir hier als Demonstration für die Suche einmal vorbereitet haben, ist auf Basis eines Produktkatalogs, der im Variantenmanagement abgebildet ist. Diese Produktkataloge sind kundenspezifisch. Auf Basis dieses Produktkatalogs mit 20.000 Produkten, die wir hier als Grundlage mal hatten, habe ich eine Suche durchgeführt und habe gesagt, ich suche mir einen Getriebemotor, zwischen 3 und 4 Kilowatt Motorleistung mit einer bestimmten Getriebeart, einem Abtriebsdrehmoment, einer bestimmten Bauform und ebenfalls als letzten Filter sehen Sie noch, ich habe bei der Katalogbezeichnung nach einem bestimmten Gebertyp gesucht, weil ich weiß, ich möchte diesen Geber, den brauche ich für meine Konstruktion. Diese Suche kann ich nacheinander durchführen, also iterativ oder ich kann den kompletten Filter aufbauen und sofort auf den Katalog von 20.000 Produkten loslassen und ich kriege in kürzester Zeit die passenden Treffer, in dem Fall sehen Sie, das waren jetzt noch vier Stück, unten aufgelistet in einer Ergebnistabelle. Sie sehen auch sofort, da ist dreimal die gleiche Typenbezeichnung und einmal eine leicht abweichende, das heißt, alle vier Produkte passen zu meiner Anforderung, sind aber natürlich noch leicht unterschiedlich. In den weiteren Spalten rechts in der Tabelle sehen Sie einige technische Daten, die wir zur Verfügung haben. Das gibt Ihnen einen ersten Überblick, worin sich die Produkte unterscheiden, aber da wir nicht nur vier, fünf, sechs Datenfelder haben, sondern üblicherweise zwischen 50 und 100 pro getriebenen Motor, kommt dann gleich die Vergleichsfunktion zum Einsatz. Zu jedem Produkt im Katalog haben Sie noch weiterführende Möglichkeiten, das heißt, jedes dieser 20.000 Produkte steht Ihnen zur Verfügung mit der passenden Dokumentation, das heißt Betriebsanleitungen, Schaltbilder, Einzelteillisten und ähnliches oder auch Maßblätter. Sie können die Produktdaten abrufen und runterladen in verschiedenen Dateiformaten und all das gilt in knapp 30 Sprachen steht Ihnen zur Verfügung. Außerdem können Sie zu jedem Produkt CRD-Daten zweidimensional oder dreidimensional online abrufen. Was Sie unten noch sehen, sind weitere Aktionen in den Warenkorb. Dort können Sie jedes Produkt in den Warenkorb des Online-Supports legen mit weiteren führenden Funktionen wie Preisen, Anfragemöglichkeit, Bestellmöglichkeit oder Weiterleiten an den Einkauf. Ja, wie schon versprochen, hier ein Bildschirm, wie ein Produktvergleich im Variant Mensch mit aussehen kann. Wir haben jetzt hier drei der vier Produkte, die wir eben gesehen haben, noch mal im Vergleich gegenübergestellt. Das heißt, Sie sehen hier, die Produkte sind tabellarisch als Spalten dargestellt. Sie sehen neben einer grafischen Vorschau, wie das Produkt aussieht, die technischen Daten. In der grafischen Vorschau würden Sie sofort erkennen, wenn die Lackfarben beispielsweise abweichend sind, das erkennt man nicht anhand der Typenbezeichnung, oder wenn die Klemmkastenlagen oder Wellenpositionen, Wellenlagen abweichend sind zwischen den entsprechenden Produkten. Zusätzlich zum Bild, ganz oben sehen Sie im unteren Drittel des Bildschirms mal die ersten paar technischen Daten von, wie gesagt, mindestens 15 für einen Getriebemotor, die hier gegeneinander verglichen werden. Der Vergleich funktioniert immer so, dass es ein Referenzprodukt gibt, das ist das linke jetzt in dem Beispiel, und alle anderen Produkte, das heißt das zweite und dritte Produkt, werden gegen das erste verglichen. Sie könnten aber auch beliebig viele andere Produkte dazufügen und einen Vergleich von zehn Produkten gegeneinander durchführen, wenn Sie das möchten. Visuell sehen Sie sofort anhand der gelben Markierung, wo die Unterschiede liegen. Das heißt, neben verschiedenen Materialnummern, das ist natürlich naheliegend, gibt es hier Abweichungen in den technischen Daten, die unten am Rand gelb markiert sind. Und hier mit diesem Bildschirm sind Sie sofort in der Lage zu identifizieren, welcher Antrieb im Detail am besten passt und welcher vielleicht nicht passt. Oben links können Sie noch einstellen, dass Sie vielleicht nur die Unterschiede sehen wollen, das ist relativ üblich bei dem Vorgehen, oder Sie könnten auch filtern auf Drehzahl- oder Momentangaben, wenn Sie sich speziell für einige spezifische Daten interessieren. Damit haben wir die Möglichkeit, einen schnellen Produktvergleich zu machen mit allen technischen Details zu den Produkten, die im Katalog vorliegen. Zusätzlich zu den technischen Daten, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, haben Sie die Möglichkeit, die Materialnummern zu den entsprechenden Produkten zu hinterlegen. Das bietet sich natürlich an, wenn Sie einen Katalog aufbauen wollen. Sehen wir hier mal in der ersten Spalte. Und optional, muss man nicht machen, aber bietet sich ebenfalls an, können Sie zu jedem Antrieb, den Sie dort hinterlegt haben, festlegen, ob Sie ihn für eine Neukonstruktion nochmal akzeptieren würden oder nicht oder vielleicht nur in Einzelfällen nach Rücksprache. Das ist die zweite Spalte, die hier grafisch grün, gelb und rot als Ampelsystem dargestellt ist. Das ist natürlich eine wichtige Information für alle, die auf den Katalog zugreifen und einen Antrieb für eine Konstruktion suchen. Es hilft nichts, wenn die technischen Daten passen würden, aber wenn der Besitzer des Katalogs, also typischerweise der Anlagenbetreiber sich dagegen entschieden hat und hat gesagt, ich möchte den ein oder anderen Antrieb nicht mehr in meiner Anlage haben in Zukunft. So können Sie online einen Katalog aufbauen mit Materialnummern und das ist eine gute Basis, um die Wiederverwendbarkeit und Wiederverwendung zu fahren zu treiben. Dann schauen wir uns nochmal die beiden spezifischen Punkte für die Anlagenbetreiber an. Sie erinnern sich, das Thema Ausfall eines Produktes. Wenn Sie die Materialnummer vom ausgefallenen Produkt haben, können Sie zunächst im Ersatzteillager schauen, ob das vorhanden ist. Wenn nicht, könnten Sie das Variantenmanagement verwenden. Sie sehen das links auf dem Bildschirm, da gibt es unten rechts eine Funktion ähnliche Produkte suchen. Dort können Sie genau festlegen, wie ähnlich, also welche Daten Ihnen jetzt gerade wichtig sind, wie ähnlich der gesuchte Antrieb sein muss. Das heißt, wenn Sie den perfekten Antrieb nicht auf dem Ersatzteillager haben, tut es vielleicht einer mit den gleichen Flanschmaßen und dem gleichen Wellenmaß. Vielleicht wollen Sie aber auch das Getriebe montiert lassen oder den Motor abmontieren und austauschen. Wie auch immer Sie vorgehen wollen, Sie haben rechts unten eine Suchmaske. Mit der können Sie sehr flexibel vorgehen und können sehr schnell feststellen, welche anderen Materialnummern kämen denn in Frage, um den ausgefallenen Antrieb zu ersetzen. Diese Suchmaske, die Sie rechts sehen, führt Sie nachher wieder zur initialen Suchdarstellung. Das heißt, dort werden Sie feststellen, ob es ein, zwei, drei oder vielleicht auch 30 verschiedene Varianten gibt. Das hängt davon ab, wie groß der Katalog ist, was da drin ist und natürlich, wie eng Sie die Suche gestalten, die Sie hier verwenden können. Das Grundproblem der steigenden Antriebsvarianten oder der Varianz an der Stelle lässt sich unserer Meinung nach nur lösen, wenn Sie als Anlagenbetreiber die OEMs, die Ihnen Anlagen liefern, frühzeitig in den Prozess der Standardisierung mit einbinden. Der Anlagenbetreiber kann mit dem Variantenmanagement einen Katalog definieren von freigegebenen Antriebstechnologien. Das ist bisher natürlich auch passiert in Form von Excel, aber es ist relativ naheliegend, dass das sehr schnell an Grenzen stoßen wird. Machen Sie das besser mit dem Variantenmanagement im Online-Support. Sie können diesen Katalog oder Teile dieses Katalogs, Auszüge davon, dann an ihre OEMs teilen und mit ihnen kommunizieren und vereinbaren, dass bitte bei einer Neukonstruktion einer Anlage erst dort geschaut wird mit den Mitteln, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ob ein entsprechender Antrieb verfügbar ist. Und so ist es möglich, die Variantenanzahl im Griff zu behalten. Sie sehen links auf dem Bild nochmal alle Beteiligten, also sowohl der Anlagenbetreiber als auch die OEMs selber, haben natürlich die Möglichkeit, die weiteren Funktionen im Online-Support, Warenkorb, Datendokumente beispielsweise, hier jederzeit zu benutzen. Gut, wie Sie gesehen haben, können wir Ihnen mit dem Variantenmanagement im Online-Support ein sehr gutes Tool zur Verfügung stellen, was die Grundlage für einen langfristigen Ansatz bilden kann. Natürlich müssen alle Unternehmen zwischen dem Anlagenbetreiber, dem Herstellern und natürlich den Maschinenbauer, den OEMs alle an einem Strang mitspielen. Da sind natürlich einige osatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, aber ich denke mal, toolseitig können wir Ihnen hier eine sehr gute Plattform zur Verfügung stellen. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank.